Bei diesem Foto geht einem doch das Herz auf. Der kleine August, erster gemeinsamer Sohn von Prinzessin Eugenie und ihrem Jack, wie er friedlich im niedlichen Strampler in einem Narzissenfeld schlummert. Was der royale Nachwuchs und seine stolze Mama hier gemeinsam haben? So einiges, wie an Eugenies Geburtstag zutage tritt. 31 Jahre wird die Queen Enkelin. Natürlich will da auch Mama Fergie ihrer Tochter gratulieren und teilt zu ihrem Ehrentag zwei zuckersüße Schnappschüsse aus vergangenen Tagen. Das erste Foto macht den Anschein, als siehst du das Duo vergnügt auf einem Karussell. Die junge Eugenie mit dunklem, wehendem Haar und gewitztem Blick. Hinter ihr, stolz und überglücklich, sitzt Mama Fergie und strahlt sorglos in die Kamera. Doch erst beim zweiten Foto zeigen sich die Parallelen zwischen Eugenie und Baby August. Darauf ist die Prinzessin noch ein paar Jährchen jünger. Sie sitzt, ihr ahnt es schon, ebenfalls in einem Narzissenfeld. Genau wie ihr Sohnemann wurde auch Eugenie vor dem gelben Blumenmeer abgelichtet. Ebenfalls auffällig, die ähnliche Kopfbedeckung, die beide auf ihrem kleinen Haupt tragen. Dass das Mama-Sohn-Duo sich aber auch so ähnlich sieht, erkennen wir an den goldenen Pausbäckchen, die sowohl Baby August als auch seine Mutter auf diesen Aufnahmen teilen. Der Apfel fällt eben nicht weit vom Stamm.